sorry ich wollte nicht also dass man im taktisch schaut hin so da war doch gerade einer was glaubst du dass du mich gekillt hat nein lasst mich rein hier kriegt medica schmeißt mich bloß nicht raus nein bitte nicht bitte nicht danke für die punkte habe ich den erwischt also zur hälfte erwischt oder so viel wie man halt erwischen kann wenn man hinter einer Mülltonne mit der Nämme 4 steht Platz Platz du Platz doch was macht ein Orangener Kanister auf den geschossen wird er platzt so schlecht ich exekutiere mich später selbst das ist ist denn hier die text aber es kommt davon wenn man sich die gegend genau anschaut man stimmt muss ich halt auf leeren heraus aus der ecke hier wird gekämpft und nicht gepisst schon immer kommst du wohl rein ich muss mal ein bisschen die kommen wahrscheinlich hier raus und kriegen deswegen scheiße die kam ein bisschen früher raus die haben irgendwo aus dem stock geflogen hey eine frage falls ihr die mir in den kommentaren beantworten ich wäre euch sehr dankbar ich kann natürlich auch mein profi von welch viel bruder fragen aber der ist diese der ist ein zu hohes tier für ihn bin ich bin ich so ein mickriger anfänger amateur wir halten nicht wenn ihr mir sagen könntet ähm wie das mit falschen falschen ment funktioniert ich würde auch gerne mal irgendwo runter fliegen und auf dem natürlich jedes mal ein leichtes tier aber kommt nur von nur ist knuffern und überhaupt deshalb bestimmt also falls ihr es wisst bitte in die kommentare schreiben was haben wir 7 16 nicht so schön es ist es nicht ich wusste es einfach furchtbar der brauchst heilung hier kriegs heilung die heilung brauchst du wohl nicht mehr ok jetzt ein bisschen wieder versuchen ernst die letzte jetzt wieder versuchen ein bisschen ernst wo spüren wir sind ja eigentlich wahrscheinlich eine falsche 255 geil ich dachte mir schon hier kommt dein sanitäter fuck 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 den habe ich ganz vergessen ja ich bin in diesem spiel ich weiß nicht wenn ich kommentiere oder so dann werde ich hier ganz unsachlich ganz unprofessionell das kennt man nicht von mir normalerweise bin ich hier der pro es hat egal ist mit zwei vermunden augen ich bin in diesem spiel ich bin in diesem spiel und das sind ja gut ist gut wenn ich es nicht so ernst nehmen es halt er mag das schon in einer ganze zeit brüllt und so eine mutter zu beleidigen weil er verliert zu meine verteidigung 98 aber wenn man es nicht so ernst macht es auch spaß das ist ja nur so und ich versuche ja noch das geld zu arbeiten und dann erst wie so eine drecksaum zu können also wir wünschen die mir immer so heftig kurz dann jetzt muss ich warten bis er hier sich verbunden hat der bomb steht immer wenigstens habe ich den noch erwischt ich muss versuchen mich jetzt zu bessern jetzt wo kommt ihr alle her was seid ihr verdammt nochmal springt einfach so weit kommt es noch das ist der apokalypse battlefield spieler vom himmel feind fakt ja gut ist blöd ich habe kaum deckung und die spiel dauert schon einiges ok gehen wir dahin motorola kaputt ich zahls nicht das ist krieg der stutt wurde seit hier keine ahnung was hier los ist wir nehmen den anderen ausgang die hier so da wurde wo die spieler gerne in diese mülltonne hüpfen ruhe wie ich heiße mal kurz rein und aber scheiß eintopft ich sag jem hatte recht vor dem krieg nie fettes die eintopft ich stecke in der schwierig also sicher anzahlen also bitte nicht im krieg benutzen mehr schlecht ich habe sogar in pennern getroffen ich bin in sicherheit aber ich treffe auch kein schwein super also die wand dekoriere ich hier gleich um neben ihm aber sein gesicht nicht das ist ich bräuchte neuen aufsatz so jetzt rechts mir manchmal ich glaube jetzt habe ich so jetzt gehe ich ein bisschen mehr ernst daran also jetzt schon mehr taktik also wie schon gesagt also hätte viel und mit der granate magst du granaten dafür dann hier ihr habt den aber so so jetzt sagen wir ihnen aus die hütte raus aber ich glaube das war das das ist das was ich mir im taktik meine also an einem wort verkriechen und so ein erstes mehr stellungsregons rennen niederschießend weiter wer das hier macht der ist ein anderer weil die viele halt in stellung gehen und dann ist aus mit lustig dann bist du halt nur noch die deko am boden das schöne grafik leichen teil ist man muss halt hinter die müllton kommen dann geht's gibt's auch mal so an die sind hässlich diese sport ok mit der granate noch oder zwei gegner oder nur ein die habe ich jetzt nicht aber jetzt soll es mit dem score besser sein kommt die etwa und hier zum sportpunkt das die ich aber nicht nett deswegen granatapel naja super weit fliegt ich bräuchte jetzt so einen schalldämpfer das wäre jetzt das ultimatum könnte ich mich jetzt so perfekt die würden mich nicht sehen die würden nur die schüsse abbekommen kommt der was der mann nimm mal ein ich brauche unbedingt einen schalldämpfer das ist das ist klar wie kloßbrühe das wäre nicht mit dem wird es viel einfacher naja aber wir müssen was hat denn der da aber es macht immer noch spaß auch wenn du fragst also das ist sogar hier ein mega geiler shooter was fickt dich hier kommen die granaten meine wortwahl so würde ich auch sagen ich frage mich ob die das im krieg wirklich gemacht haben ich meine nur jetzt so im zweiten weltkrieg ersten weltkrieg ob die dann so beleidigungen geschrien haben oder ob das wirklich ernst daran ging ernst halten ein bisschen sachlicher was die show ist vorbei oh ja die show ist bald vorbei oh sorry das ist eine granate nee das ist ein ball ein gummiball für meinen hund rex natürlich ist das eine granate in duft voll was schreist du wenn er in die entgegenkommt das ist ein gegner oh der spiel ist schon ja verloren ist schade hat wenn man sich 16 30 ja gut da habe ich noch irgendwie geschafft noch auf die 0,5 ja gut ich habe vorhin auch gesagt m1 m16a den schalldämpfer den muss ich unbedingt drauf sitzen da gibt es kein aber nix da der muss drauf weil das wird so geil wenn ich mit schalldämpfer das wird bestimmt egal und ich werde und ich werde immer besser ein immer professioneller russe hm komisch ich trink doch gar kein vodka ja sorry die klischees